Auch wenn es erstmal nur hauptsächlich um Listen gehen soll, möchte ich ganz gerne ein paar Worte zu den restlichen Dingen hier, die auf der Liste stehen, anmerken. Denn das Wichtige ist, technisch kennt der SharePoint nur Listen-Elemente. Was ist denn erstmal eine Liste? Vielleicht ganz kurz das erklärt. Eine Liste ist eigentlich nichts weiter wie, das kennt man von Excel, eine Kombination aus Zeilen und Spalten und das bezeichnet man als Liste. Was ganz wichtig ist, eine Dokumentenbibliothek, in denen können ja Word und auch PowerPoint-Dokumente oder eben auch Excel-Dokumente gelegt werden. Wichtig ist, auch eine Dokumentenbibliothek ist eine Liste. Das heißt, man organisiert oder man kann seine Dokumente nicht mehr nur in Ordnern sortieren und eingruppieren, sondern man kann seine Dokumente jetzt auch in Listenform ablegen. Was ich auch noch erklären möchte, ist, was denn Kalender, Kontakte und Aufgaben mit der ganzen Geschichte zu tun haben. Das sind nämlich, wie ich gerade schon gesagt habe, auch Listen. Wir können uns das ja mal ganz kurz angucken. Stichwort Aufgaben, wir gehen mal zurück in den SharePoint, hier haben wir Aufgaben. Da klicke ich mal auf Aufgaben und wie ihr gleich sehen werdet, haben wir hier natürlich verschiedene Spalten, zum Beispiel Task Name, dann wie lange es gültig und zu wem es zugewiesen ist. Ich kann also hier zum Beispiel einfach auf New Task klicken, dann kann ich einfach mal eine neue Aufgabe erstellen. Zum Beispiel sage ich mal, wenn wir hier zum Beispiel eine neue Filiale bauen sollen, dann sage ich mal Grundstück suchen. Wann soll das losgehen? Da kann ich sagen, das soll losgehen am 23.05. Und dann sollte das zum Beispiel beendet sein. Da gebe ich mir ein bisschen mehr Zeit. Der 30. Juni. Ich kann erst der Susi sorglos zuweisen. Perfekt. Kann mir auch noch mehrere Sachen anschauen. Ist es vielleicht schon zu 20% beendet. Kann mir hier noch eine Description anschauen und so weiter und so fort. Wie ihr jetzt seht, ist das sozusagen auch eine Liste. Also eine Aufgabe ist auch eine Liste. Was ist jetzt aber der Unterschied, ob ich jetzt sozusagen eine Aufgabe in Outlook oder in meinem SharePoint erstelle? Ganz wichtiger Punkt. Wenn ich sozusagen alle Aufgaben als Projektleiter in meinen Outlook integriere und dann diese Aufgaben meinen verschiedenen Usern zuordne, dann sehen leider nicht alle Mitarbeiter des Projektes alle Aufgaben. Sondern immer nur als ich als Projektleiter sehe in meinem Outlook alle Aufgaben. Und dann sieht derjenige, der die Aufgabe zugewiesen bekommen hat, in seinem Outlook auch seine Aufgabe. Das ist unter Umständen gar nicht sinnvoll. Ich sage mal, der Herr Müller kommt zum Beispiel aus einer Architektenfamilie. Das weiß ich aber als Projektleiter gar nicht. Also sage ich, ach, die Frau Schmidt sucht den Architekten. Wenn jetzt im Grunde genommen die nicht miteinander reden und nur das über Outlook organisiert wird, habe ich das Problem, dass der Herr Müller, wie gesagt, der aus der Architektenfamilie kommt, nie erfahren wird, dass die Frau Schmidt eigentlich die Aufgabe hätte. Und jetzt kommt die ganz wichtige Geschichte. Da ja auch hier Susi sorglos die Aufgaben sehen kann und auch unser An-die-Arbeit, habe ich einen riesen Vorteil, nämlich alle Mitarbeiter, alle Projektmitarbeiter sehen alle Aufgaben, können sich viel besser miteinander austauschen. Ich als Projektleiter bin ein kleines bisschen entlastet und es ist einfach genau das Ziel des Sharepoints erreicht, nämlich, wiederholen nochmal, dass sowohl externe als auch interne Mitarbeiter besser miteinander arbeiten können. Ich möchte auch an der Stelle mal versuchen, jetzt den Punkt Sharepoint ein bisschen besser zu erklären, weil nämlich dieses Wort sagt eigentlich sehr schön aus, worum es geht. Das heißt, hier an dem Beispiel Aufgaben werden an einem zentralen Punkt abgelegt, werden dort geteilt und aus diesem Grunde kann besser miteinander gearbeitet werden. Das gleiche ist auch mit den Kontakten. Nehmen wir mal an, irgendwann geht die Frau Schmidt nun zum Architekten, bekommt die Visitenkarte. Hätte sie in der alten Welt, sprich ohne Sharepoint, gearbeitet, würde sie diese Kontaktinformation in Outlook ablegen. Niemand anderes würde von diesem Kontakt erfahren. Wenn jetzt die Frau Schmidt also im Urlaub ist, vielleicht auch mal krank oder im Meeting kommt, niemand an die Kontaktinformationen dran, weil die ja in dem Outlook liegen. Würde aber Frau Schmidt diese Kontakte auf dem Sharepoint legen, hier sehen wir, haben wir einmal Kontakte, kann sie draufklicken, könnte dann auf neues Element klicken und könnte dann wieder in Listenform, ihr seht, hier steht Nachname, Vorname, jetzt sieht das ein bisschen anders aus, dort die Information des Architekt eingeben und schon würden alle diese Informationen wiedersehen. Also wieder genau das gleiche im Prinzip, auch beim Kalender haben wir also das Richtfest der Filiale, haben wir irgendwo Urlaubsinformationen der Mitarbeiter, wenn die alle zentral im Sharepoint abgelegt werden, haben alle ein leichteres Miteinander. Noch eine kurze Anmerkung auch zum Thema Umfragen. Natürlich zum Beispiel das klassische Beispiel Seminarbeurteilung oder auch, wenn man dabei diskutiert, welche Ideen in dem Projekt umgesetzt werden sollen, kann man natürlich das schriftlich machen, wie in der alten Zeit, man teilt zehn Papiere aus, dann füllt das wieder aus, man sammelt es wieder ein und dann geht die Mühe los. Man muss jetzt diese zehn Beurteilungen auswerten, was wäre eigentlich viel toller? Man könnte das im Sharepoint machen, könnten alle das online machen und am Schluss habe ich es ganz leicht als Projektleiter einfach diese Umfragen auszuwerten. Genau das gleiche Prinzip wieder an einem zentralen Punkt sind die Umfragen und können geteilt werden oder ausgewertet werden. Wikipedia brauche ich auch nicht weiter zu erklären, das kennt jeder aus dem Internet und deswegen soll es an der Stelle auch nicht weiter erklärt werden. Ebenfalls Community kennt wahrscheinlich jeder aus den Foren im Internet, auch sowas haben wir im Sharepoint. Wir können nämlich ein Frage-Antwort-Spiel machen über die Communities. Und da geht's? So ist das, was soll alles?